Ich habe mich auch selber schon gefragt, ob es für mich möglich ist, im Team of the Week zu kommen. Ja. Aber das ist, glaube ich, unmöglich. Warum, wenn du ein Tor machst? Meinst du? Also da müsste schon Tor und Vorlage sein, ne? Ich weiß nicht, Außenverteidiger? Reicht, glaube ich, ein Tor. Ja, ich glaube, wenn ihr kein Tor kassiert, also angenommen, ihr gewinnt jetzt 1-0. Du machst dein entscheidendes Tor, dann safe. Meinst du? Oder bei so einem 2-0, 3-0 und du hast ein gutes Spiel, du machst ein Tor und ihr kassiert aber keins, dann glaube ich schon. Doch, doch. Nee, die pusht mich gerade so hoch. Ja, ich schrei dann das nächste Mal, guck mal, wenn du wieder das Spiel hast und ich stehe im Start, dann schrei ich von ihm, Willi, denk an deine In-Form. Und dann geht er so ab, Alter. Go to BMW. Also ich könnte es mir vorstellen, klar. Das wäre auch mal ein weirder Face. Das wäre cool. Niemals, Bo. Ja, Niklas, stimmt. Sorry, ich habe ja noch nie einen Außenverteidiger, der ein In-Form bekommen hat. Stimmt, Chat. Das hast du vergessen. So oft waren welche aus 3. Liga ein Team of the Week. Ja, safe. Sogar ein Mannschaftskollege von mir. Ja. Ja. Ich glaube, wegen 3. Liga brauchst du 2-3 Tor. Er macht halt einen Doppelpack. Passt doch. Das kriegt er eben. Mein Gott. Ich Santos. Ich river. Untertitelung des ZDF für funk, 2017